Wir sind das TalkSquad. Machen, Stampe, ist Zeit. Wir helfen euch. TalkSquad! Picknicks sind das Beste. Das ist, als wenn die ganze Welt ein Restaurant wäre. Und da ist die Serviette. Trooper, wir werden angerufen. Ihhh, der Park ist voller Müll. Das ist komisch. Von da kommen wir doch. Und da war er blitzsauber. Jemand muss seinen Müll dagelassen haben, nachdem wir weg sind. Wenn wir uns beeilen, kriegen wir die noch. Lasst uns wampfen, stampfen. Es wird Zeit. Wie ich erwartet habe. Müll, ein Dreckspatz ist unterwegs. Keine Bewegung. Wir haben einen Kriminellen in unserer Mitte. Ha, das ist doch kein Spatz. Ein Dreckspatz ist jemand, der seinen Müll einfach auf den Boden wirft. Ah, verstanden. Na dann, pass auf. Dreckspatz. Trooper und Batch sind hier, um den Müll zu beseitigen. Super Teamwork. Ein Papier von einem Mammfappen-Taco aus meinem liebsten Imbisswagen. Das ist der Hinweis. Komm, wir finden diesen Dreckspatz. Noch eine umgeworfene Mülltonne. Wir sind dem Dreckspatzen auf der Spur. Zweimal an einem Tag, Trooper? Das gleiche wie immer. Tut mir leid, Michelle. Das Einzige, was ich heute will, ist Gerechtigkeit. Hat heute jemand einen Mammfappen-Taco gekauft? Klar, jeder. Heute ist Taco-Tag. Es wird schwer, den Dreckspatz in der Menge zu finden. Ich werde ihn erschnüffeln. Die bestehen den Test alle. Naja, dann müssen wir weiter nach Hinweisen suchen. Hm, was ist das? Ein Papier. Das ist frisch. Von Gary's Eistorte mit Beeren und Sohne. Kommt mit. Hey, mein liebster Kunde. Fünf Kugeln mit einer Kirsche obendrauf? Ich könnte auf jeden Fall einen Zwischensnack vertragen. Danke, Gary. Hey, vielleicht kannst du helfen. Wir haben einen Dreckspatzen in Chomps City. Ich weiß, was du denkst. Aber es ist kein echter Spatz. Hast du was gesehen? Ja, klar. Jemand wirft jeden Tag meinen Mülleimer um. Also weißt du, wer der Dreckspatz ist? Sagst du es uns? Naja, mein liebster Kunde. Hey, Trooper. Aber ich bin kein Dreckspatzen. Nein, Trooper. Aber dein Schwanz. Ruf, Polizaratops. Nehmt mich fest. Ach komm, ich sperre dich nicht ein, Troop. Sei einfach vorsichtiger mit deinem Schwanz. Danke, Batch. Ich schätze, ich muss ein bisschen aufräumen. Keine Sorge. Ich helfe dir. Und wo isst du sonst noch so? Beim Dino Diner. Bei Mampfen Go. Devins Höhle. Bei der Smoothie Hütte. Äh, das könnte eine Weile dauern. Hahaha. 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 Das war's für heute.